Hallo alles zusammen und Willkommen zurück zu Hooplast. Da. Oh, ich bin ein bisschen schnell reißen. Sonst kommt wieder fett, 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 fett. Wir reißen uns den Arsch auf. So. Ähm, ja. Hier ist die Küche. Den Jumpscare hier kennen wir schon. Und so, ich glaub nicht, dass ich die Schatten halte. Und, oh. Okay, ach so. Der ist jetzt... Der ist jetzt weg. Ja, wie ich gesagt hab, das mal werde ich mich nicht erschrecken, weil ich ja jetzt schon den Jumpscare hier kenne. Ähm. Ich will nicht sofort der Martini. Ma-ma-ma-ma-latinili. Warte, wie der auch heißt. Ich glaub, er ist der Ma-ma-mini. Papi. Okay. Okay, wo sind wir jetzt? Elevator. 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 Blablabla. Ah ja, genau. Ähm. Das ist der Kerl, der von oben runtergefallen ist. Oder? Ich glaub schon. Oh, scheiße. Oh mein Gott, echt jetzt? Wir dürfen raus? Da gehen wir auch gleich raus. Aber erst schauen wir uns mal um. Ich glaub, das ist das Ende, oder? Keine Ahnung. Ich glaub schon, aber ich mein, wie wir raus. Ich glaub, das ist das Ende. Ich glaub, der kommt nicht mehr raus. Ich glaub, der kommt nicht mehr raus. Das sind ich nicht. Oh, bullshit ist das. Ah. Ey. Supervater Martini. Der Martini. Versuchen wir den Kerl. Badass. Wir sind sofort irgendwo gelandet. Oh. Was? Nein. Ah, das ist halt noch. Batterie. Oh, Schlüssel. Ich hab keine Ahnung. Oh. Wartens. Wartens schon. Wartens schned. Wartens schnitten. Tausend schleppen. Ich hab grad einfach mal so die Zentralen wenden. Warum, auch mal, dass wir hierhin verschwimmen? Okay, wir haben da einen Chiller. Oh, scheiß, ich dachte, das ist selten. ich habe aber ich kann als er sich ein weiteres die mehrere hohe spiele einem spiel zu um ein kopf die ich werde das ist meint alle gegner alle geilen Gegner Nein, nein, ich spiel Ah, okay Schööööö Oh, oh Okay, ähm Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag Oh, 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 shit, shit, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, da war ich heiß! Oh, raus, 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 raus Warte mal, achso Ich hab doch grad nen Geist gesehen Oh mein Gott Ich hoffe, das war nicht echt Oh, scheiße, Alter Ich hab da wirklich nen Geist gesehen Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen hab Oh mein Gott Ich weiß nur, dass ich mich richtig angeschissen hab Oha, ha Geil Ist schon ein Geist da auch? Oh mein Gott Äh, ich glaub, ich weiß, wer das war Die haben ja am Anfang von so einem Walrider gesprochen Und auf dem Computerbildschirm da Wo ich Facecam machte Da konnte man ja auf dem Bildschirm sehen Wie die Männer eben da rumgeflogen sind Oh mein Gott, ohne dass da jemand war Muss ich hin Lass, ich Lassen wir erstmal die Papier ausgehen Ah, man kann doch noch was hin, aber hat zerschraubt Ok, ich frag mich, wo ich hin muss Warte, Martini hat mir keine Information gegeben Ich dachte, ich hab da jemanden gesehen Ich dachte, ich hab da jemanden gesehen Egal, ähm, machen wir mal rein Ich hab keine Ahnung, wo wir sind Ich hab da alles Ich hab da alles Wow Nice Ähm Ich hab mich verhiert Oh, Confidentia Oh, Confidentia Ich hoffe, fette, fette, fette ist hier nicht raus. Oh mein Gott, ich bin total verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinbekommen habe. Alter, echt jetzt. echt jetzt hier ist eine beschissen ich habe es nicht gesehen ja ja ich bin ja so klug ich hasse diesen blitz was geht nicht immer kurz das hier danke ich habe es jetzt schon da oben schule nennen sie mich der parkour meister das parkour meister mädchen nennen sie mich außer dem mietchenpart sonst stimmt alles das könnt ihr mir glauben ok das klettert mich wieder auf hat sich für menschen haben ja eigentlich ich weiß es gerade bei euch vielleicht bei mir liegt es auch ja ich auch nur eigentlich okay und ich kann deine genitalien ich kann seine genitalien nice ich habe diese blöde es blendet nicht alter was machst du da okay ich dachte ich dachte der will jetzt noch drin hier war also nichts es war da eigentlich der ganze sinn darauf zu kommen die 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 Da haben wir den Sinn davon. Das war... Ich höre, ich höre die Musik von Fett, 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 Fett. Ich glaube, er ist ziemlich nah in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, Papieren sehen können, aber ich nicht. Aber der Glocke haut mich ab. Es lag die Besucher. Hier ist alles ein, some haben wir die Schwerke hier. Der Glocke schlägt mich ab. Aber der Glocke schlägt mich ab. Moment mal, jetzt bin ich doch zurückgekehrt, oder hätte man nicht? Das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Hey, Servus! So ein Fetty hat mal abgehängt, würde ich mal sagen. Aber, sein wir uns nicht so sicher, ich mein, der kommt überall auf, egal wo man ist. Wir laden mal Vakuum nach. Oh mein Gott, oh shit! Wir laufen wieder zum Ort. Da gibt es ein Loch, glaube ich. Ja! 3, 3, 3, 3, 3, 3! Loser! Loser! Nein, 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 war nicht so gemeint, war nicht so gemeint. Weißt du gemeint? Was müssen wir jetzt machen, ha? Was müssen wir jetzt machen? Hallo! Hey! Hinten Kacka! Hinten Kacka! Hau ab! Ich dachte schon, er jagt uns immer noch wegen der Musik. Die lief immer noch zwingend. Aha! Da ist nämlich Blutbad. Okay, ähm, Batterie, Batterie! Ah, so viel Blut! So viel Blut! So viel Blut! Ähm, rein da, oh! Geh doch da rein jetzt! Was ist daran so schwer! Endlich! Ähm! Mehr rein, noch? Oha! Sie haben den Wallrider gesehen, oder? Sie verstehen es langsam! Aber noch nicht ganz! Ähm, Abram musste seinen Blick zu Boden sinken! Aber bald! Bald! Schon! Stoal! In der Krang! Die revelation ist nah! Stoal! Okay, das woh fatt amatini! Woh fatt amatini! Ma-ma ci pani? Woh fatt amatzi pani! Woh fatt amatzi pani? Ma ci pani? Ma ci pani? Ma ci pani! Ma ci pani! Schau mal, wenn wir hier gehen. Okay. Gott sei Dank nicht rein. Gewehr ist gut hierher. Okay, nix. Kein kleines Schwäntchen mehr. Hell big no no. Oh. Oh. Ähm. Ist da noch etwas? Nee. Und hier drin? Keine Batterie, nichts. Naja. Hey, wir haben schon seit lange nicht mehr Alfred und Bernhard gesehen. Frag mich, wo die bleiben. Wir sind die ganze Zeit fett, fett, fett. Los. Not again. Du darfst. Was ist los? Was ist los? Muss ich mich hauen? Ich will keine guten Stress. Okay, ich gehe weg. Ciao. Ich glaube eigentlich sind wir jetzt bei den weiblichen Erfängernis, oder? Oh, scheiße, Mann. Was willst du von mir? Hau doch ab. Hä? Ich gehe kacken, Mann. Okay. Wir sind weg. Wir sind weg. Er ist weg. Er. Er. Oh, 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 loser. Ah, okay, hier. Okay. Ich bin da weg. Okay, ich bin da weg. So, den haben wir schon mal getragen. Auf ich. Gehen wir erst runter. Unten ist immer besser. Was? 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 Was geht hier los? Oh, da ist der Chiller. Vielleicht fühlt er auch schon so. Shit. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet, aber egal. Geht laut. Ok, jetzt müssen wir, wo wir lang müssen. Oh mein Gott, haben wir hier drin eigentlich noch geschaut? Bevor wir wegbohren sind. Ja, das haben wir. Ok, so. Da kommt die Spugele. Ich bin hier zum WC, ja? Nur kurz warten. Da, dann raus. Dann raus. So, und das ist immerhin vorbei. Zurück. Zurück. Ok. Er bräst gleich nicht hier auf, also kommen wir ab. Ok, unten war schon mal falsch, aber da haben wir etwas zum holen. Das heißt, das holen wir erst. Guck mal. Das war lag in der Leiche. Oh, bitte, bitte, drehen. Oh, bitte, drehen. Ciao. Okay. Wir gehen erst einmal runter. Tun uns confidential. Oh, habe ich schon. Wir gehen jetzt. Sorry Bro, das ich dich gestresst habe. Ciao. Ich komme nie wieder. Vielleicht doch mal, um high zu sagen. Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen laufen und springen. Hoppa! Oh, und wir haben es geschafft! Okay, gehen wir hier rein? Kann man nicht rein? Kann man nicht rein? In dieser Tür ist ein Schlüssel. Okay. Du bist da drüben. Vater Martini. Vater Marz... Marzipani. Marzipini. Wieso fütter mich denn gleich? Das ist ja ganz gängig, Alter. Tu auf dich, Alter. Da drin ist ein Schlüssel. Da drin ist ein Schlüssel. Ich glaube, wir sind schon über die Zeit. Also, ähm... Ja... Leider... Zumindest so, wie wir die Quadrainen finden. Ja, ähm... Was soll ich sagen? Tut mir leid, aber das ist zu Ende. Tut mir leid. Ich weiß. Ihr wollt weiter schauen. Tut mir leid. Okay. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. You sait nicht. wondering, wer wird mir unterziehen dreamikerkę oscale. Vielen Dank.